Hallo meine lieben YouTuber ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divi's Movie Channel. Ja meine Lieben, ich bin heute wieder draußen unterwegs und da das Wetter heute nicht so schön ist, habe ich für euch aber was Schönes im Gepäck und zwar ein neues Messerschätzchen von O-Knife. Genau, denn ich habe von denen wieder Post bekommen und da war ein sehr hübsches Messerschätzchen drin, was ich euch heute natürlich vorstellen möchte. Wenn ihr gespannt seid, wie das heißt und wie das aussieht und was das kostet, dann bleibt dran. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Ja meine Lieben, ich habe das Messer jetzt schon in meiner Hand. Und ja, denn heute dreht sich alles um das O-Knife-Biegel. Ja, so sieht das aus, wie man das so gewohnt ist. Von O-Knife ist das Messer auf dem Karton auch immer abgebildet und ja, ein bisschen könnt ihr darauf ja schon erkennen. Und wie unschwer zu erkennen ist, handelt es sich heute um ein Klappmesser mit sehr hübschen, farbigen Details. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal, wie das Messer aussieht, wenn ihr das bekommt, was da noch mit bei ist. Denn wir haben hier nicht nur einfach diese schöne Verpackung, wo ihr auch schon die Einzelheiten zu dem Messer ablesen könnt. Nein, da ist nämlich noch was sehr, sehr Schönes mit dabei und das zeige ich euch jetzt. So, das hier erstmal ab und den oberen Deckel auch und da ist es auch schon, tadaaa, ein Nylon Case mit einer hübschen O-Knife-Stickerei hier schön in blau. Und das Ganze ist wirklich sehr, sehr schön verarbeitet. Kann ich nicht anders sagen. Hier unterhalb habt ihr dann einmal noch ein Pflegetuch drin. Das ist hier einmal schön verpackt, alles schwarz gehalten und so sieht das Kartönchen aus. Und das Messer ist hier so drin. Ja, und ihr wollt natürlich das Messer sehen. Ich weiß, meine Lieben, also ich mag das auch total optisch und überhaupt. Deswegen bin ich gespannt, ob es euch auch so geht. Ich öffne das jetzt. So, ich zeige euch jetzt als erstes das Messer und dann die Kleinigkeit, die das Messer noch ein bisschen besonderer macht. Und tadaaa, das ist es. Das ist das O-Knife-Biegel. Also ich habe mich so, so gefreut, dass ich das zugeschickt bekommen habe und dass ich euch das vorstellen darf, weil das ist natürlich genau mein Geschmack. Und ihr wisst, was ich euch zeige. Das liebe ich auch und daher auch immer meine Freude in den Videos. Und ich öffne das jetzt. Tadaaa, das ist es in vollster Pracht. Ich zeige euch das natürlich gleich noch im Detail und ich finde es mega schön. Ja, ihr könnt mir mal schreiben, so auf den ersten Blick, ob das auch schon etwas für euch wäre. Aber wie gesagt, ich zeige euch das gleich sofort detailliert. Was noch mit dabei ist und was ich so, so schön finde. Ihr habt das ja auch schon in anderen Videos von mir gesehen, als ich euch weitere Klappmesser von O-Knife schon gezeigt habe. Und bei denen war etwas ganz Tolles dabei. Und zwar eine O-Knife-Münze. Genau. Schaut mal bitte, wie wunderschön die ist. Da ist dann auch nochmal die Modellbezeichnung von dem Messer zu sehen. Also Beagle steht darauf. Das Messer ist abgebildet und auf der anderen Seite steht Outdoor Elite O-Knife. Zeige ich euch aber gleich noch, wenn die Detailaufnahmen kommen. Also so schön. Ich finde sie so schön. Und das macht das Messer, wie ich finde, immer noch so einen Ticken besonderer, weil ihr auf der Münze das Messer habt. Und das ist so toll. Und die sind so hochwertig verarbeitet und auch das Messer. Aber ihr werdet es jetzt sehen. Wir legen jetzt direkt los mit den Details. Und dann wisst ihr auch, aus welchem Material das Messer gefertigt ist, wie groß das ist und natürlich auch wie schwer. Und ich sage jetzt, los geht's damit und bis gleich. Anfang tun wir jetzt mal mit den Maßen. Also das Beagle hat eine Gesamtlänge von 19,3 Zentimetern. Wir haben hier eine Klingenlänge von 8,5 Zentimetern und eine Klingenstärke von 3 Millimetern. Das Ganze messe ich hier jetzt auch noch mal nach und ihr seht, das passt wirklich, wie O-Knife das angegeben hat auf der Herstellerseite. Und weiter geht's jetzt mit den Materialien. Die Klinge besteht aus 154 cm Edelstahl und die Griffbeschalung besteht hier aus G10. Das Gewicht des Messers beträgt 97,3 Gramm. Ja und nun zu den ganzen Einzelheiten. Also wir haben hier eine fette Harpunklinge und ich finde die Klingenform wirklich sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, ob ihr auch Fan davon seid. Hier vorne haben wir auf jeden Fall O-Knife, das Logo einmal drauf. Und hier an der Seite findet sich dann 154 cm wieder für die Stahlbezeichnung natürlich. Und hier auf der anderen Seite findet sich dann natürlich noch die Modellbezeichnung, das Beagle wieder. Ansonsten ist die Klinge clean und das finde ich sehr, sehr schön. Die Form ist schön und schaut euch das mal bitte an. Ja, die Klingenstärke beträgt ja drei Millimeter, wie ich euch gesagt habe, finde ich sehr schön. Oberhalb haben wir hier dann ein Gymping, was auch relativ lang ist. Also gar nicht mal so kurz, sodass, wenn ihr das Messer greift, hier direkt mit dem Daumen auf das Gymping trefft. Ja, und dann haben wir hier natürlich noch die Daumenpins, die beidseitig hier angebracht sind. Und dadurch könnt ihr das Messer natürlich blitzschnell öffnen. Die sind hier farblich auch abgesetzt, wie die Achsschraube hier auch, finde ich sehr, sehr schön. Also diese kleinen blauen Details, hier dann natürlich auch nochmal an der Griffschale zwei Stück und ja, so sieht das Ganze aus. Wie findet ihr es? Schreibt mir das mal. Die G10 Griffschalen sind hier natürlich mit einer tollen Struktur versehen und hier haben wir dann eine schöne Fingermulde. Also das Messer lässt sich wirklich sehr, sehr gut greifen. Das macht Spaß und ja, also mir tut hier nichts weh. Das müsst ihr natürlich schauen, ob ihr das so mögt durch diese Riffelung von dem Liner. Bei manchen Messern ist das ja mehr versteckt, bei manchen mehr ausgeprägt, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mehrere Liner-Locks schon in der Hand gehabt habt und ja, bei eurem Messerschätzchen probiert habt. Aber mich stört das hier definitiv nicht. Ich finde das sehr, sehr schön gemacht. Das G10 ist rutschfest, fühlt sich sehr stabil an. Der Liner lässt sich hier wunderbar öffnen und ja, die Klinge fährt hier butterweich ein. Das macht Spaß. Das macht wirklich sehr, sehr Spaß. Das ist einfach so, meine Lieben. Und hier dran ist natürlich auch ein Gürtelclip, wie ihr seht. Der ist meiner Meinung nach aber relativ hoch. Ich hätte den etwas flacher gemacht. Ich weiß nicht, was ihr jetzt meint, so auf den ersten Blick, aber ich hätte es einfach schöner gefunden. Ist aber auch nur meine Meinung. Ansonsten könnt ihr den Gürtelclip natürlich vollständig demontieren. Was ich zusätzlich ein bisschen schade finde, ist, dass diese zwei Schräubchen schwarz sind. Also dann hätte ich die auch bläulich abgesetzt und ihr könnt den Gürtelclip natürlich hier auch versetzen. Also von rechts nach links, je nachdem, ob ihr Rechts- oder Linkshänder seid. Das finde ich immer sehr schön, dass der Hersteller da auch mit dran gedacht hat. Und ansonsten stimmt die Verarbeitung hier einfach sowas von. Die Klinge liegt mittig auf, die Daumenpins hier einfach, die Griffschalen so schön. Also die Platinen, alles ist wunderbar gefertigt und so bin ich das auch von O-Knife gewohnt. Ihr könnt das Messer hier mit einer Hand natürlich super schnell öffnen und das gestaltet sich überhaupt nicht schwierig. Ja, und ich finde es einfach toll. Also ihr habt hier, wenn ihr jetzt größere Hände habt, so, wenn ich das Messer jetzt umfasse, noch Platz. Und ja, ich denke, das ist sehr gut auch für größere Hände geeignet, denn wir haben hier alleine ja fast eine Grifflänge von 11 Zentimetern. Und hier haben wir dann auch noch eine Fangriemenöse. Die könnt ihr natürlich zusätzlich mit einem Lanyard versehen. Ja, und das erst mal dazu. Und zu diesem Traum in Schwarz mit Blau haben wir hier natürlich noch dieses wunderschöne Nylon Case. Das ist 1A verarbeitet und dann auch noch diese Münze. Schaut euch die mal bitte an. Hier jetzt auch noch mal ganz detailliert. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Ja, und das macht dieses Messer irgendwie richtig zu einem Sammlerstück, wie ich finde. Ganz toll hier in Bronze. Oh, neif, das passt einfach perfekt. So, das waren jetzt die ganzen Einzelheiten und wir schalten jetzt mal wieder um. Ihr wisst nun um das Messer Bescheid. Falls ihr aber dennoch Fragen haben solltet, schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Und vergesst nicht, den Link zu dem Messer packe ich euch natürlich unten in die Infobox. Jetzt wird es sicher manche unter euch geben, die sagen, Divi, zeig doch mal, wie scharf das Messer ist. Und das gucken wir uns jetzt an. Papier habe ich hier, Knife habe ich hier und... Es ist natürlich sehr, sehr windig heute, daher ist das nicht ganz so einfach. Aber ich habe es schon zu Hause probiert und das ist ultrascharf. Seht ihr das? Seht ihr, wie scharf dieses Knife ist? Mega! Wow! Es macht so Spaß, also ultra, ultra scharf. So, nachdem ihr nun gesehen habt, wie scharf das Beagle ist, ich hebe das natürlich gleich auf. Keine Sorge, meine Lieben, aber ich musste das jetzt einfach machen. Nachdem ihr jetzt gesehen habt, wie scharf das ist, blende ich euch jetzt noch ein paar schöne Eindrücke von dem Beagle ein. Genießt es einfach, lehnt euch zurück und ich sage, bis gleich! Bis zum nächsten Mal. Da bin ich wieder! Na, habt ihr die Eindrücke genossen von dem Beagle? Ich hoffe es zumindest. Und ja, wir sind natürlich jetzt schon leider am Ende des Videos angelangt, aber hier dann nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben ein tolles, zuverlässiges Knife von O-Knife mit G10 Griffschalen, mit einer Klinge aus 154er CM Stahl. Hübsche, blaue, kleine Details, die ich so liebe einfach. Ich habe das ja auch schon mehrfach erwähnt in meinen anderen Videos. Und das Messer ist ultra scharf. Wir haben hier eine geile, wirklich geile Harpunklinge. Ich liebe sie und ich hoffe, dass ihr die natürlich auch mögt. Ich weiß ja auch, dass mehrere Messerhersteller so Harpunklingen favorisieren. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich wirklich damit auch euren Geschmack getroffen habe. Das schreibt mir auf jeden Fall mal. Und dieses Messer lässt sich so schön schließen. Wir haben hier einen tollen Liner. Es fährt wirklich butterweich ein, diese Klinge. Ich kann es blitzschnell öffnen. Und es ist einfach so schön verarbeitet. Also ich habe das bei meinen anderen O-Knife-Schätzchen natürlich auch schon lange, lange feststellen können, dass wir hier überhaupt kein Klingenspiel haben. Das ist so bombenfest. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde immer ist, dass die Klinge hier mittig aufliegt. Ich hoffe, ihr könnt das auch erkennen. Das haben wir hier definitiv. Die liegt mittig auf und es macht einfach so Spaß. Dieses Messer macht Spaß. Das Gymping ist geil und man kann damit super arbeiten. Das liegt wirklich verdammt gut in der Hand. Ob der Gürtelclip jetzt für jeden so in Frage kommt, weiß ich natürlich nicht, weil der ist sehr, sehr hoch. Habt ihr ja eben auch schon gesehen in den Detailaufnahmen. Aber es ist ja kein Problem, den D zu montieren. Ja, ist das so richtig ausgedrückt? Also ihr könnt ihr natürlich demontieren. Und mit dabei habt ihr dieses wunderschöne Nylon Case, worin ihr das Messer verstauen könnt. Oder alternativ natürlich so mit dem Gürtelclip an eurer Hosentasche. Und nicht zu vergessen, meine Lieben, diese wunderschöne Münze von O'Neilf. Ja, also ein wunderschönes Set, wie ich finde. Und ich bin jetzt ganz gespannt darauf, was ihr zu dem Beagle sagt. Ob das auch etwas für euch wäre oder ob ihr das vielleicht schon in eurer Sammlung habt und was eure Erfahrung so auf Dauer mit diesem Schätzchen ist. Dann schreibt mir das. So, und wir sind nun wirklich am Ende des Videos angelangt. Wenn ihr jetzt noch irgendetwas wissen wollt oder Infos zum Preis haben möchtet, schaut auf den Link unten in der Infobox. Da seht ihr dann alles nochmal im Überblick. So, und ich verabschiede mich jetzt für euch. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder auch über ein Abo. Und wenn ihr dann dieses Mini-Mini-Glöckchen aktiviert, seht ihr natürlich sofort, wenn von mir ein neues Video online kommt. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen super schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen besseres Wetter als ich heute. Denn hier versteckt sich die Sonne. Aber ich wünsche sie natürlich euch. Ja, und dann würde ich sagen, bis demnächst, meine Lieben. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao!